Willkommen zurück liebe Freunde zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield 1. Mein Name ist Dennis und wir spielen den DLC In The Name of Tsar. Ja, das brandneue Update welches jetzt für Battlefield 1 rauskommt oder rauskombiert oder rauskombiert oder rauskombiert. Wir spielen nochmal den Modus Rush auf der Map Volga. Ja und hier gibt es einen Tank. Ah, ich habe ihn! Ich habe ihn bekommen Leute! Nice! Leute, was hast du denn? Good guys, they see me rolling! Okay, wir sind Verteidiger diesmal. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, unbedingt nachholen. Also das lief echt geil. Ja, wir haben da echt einen guten, guten Run gehabt. Okay. Alter, das Ding ist ja richtig gut hier. Ja, ist halt ein Panzer hier. So, 3-0 haben wir schon mal. Ich habe mir jetzt so dankbar, wenn die mich ein bisschen beschützen würden. Panzer! Ja, da kam er dann auch. 3-0. Aber okay. Äh, der Sauerkraut hat mich weggeholt. Wenn ihr die letzte Runde gesehen habt, ihr kennt den ja wieder. So, wir nehmen mal den Speer. Ja, und gucken mal ein bisschen, ob wir da spähen erspähen können. Aber, äh, ja. Also die Kill-Serie wollen wir mal fortsetzen. Ich hatte in der letzten Folge so eine krasse Kill-Serie, der KD, glaube ich, ich weiß nicht, 26-4 oder sowas. Und jetzt nicht nur Panzer fahren. Also, guckt euch an, wenn ihr denn möchtet. So. Okay, die Herrschaften müssen ja hier kommen. Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Quats. Machen wir mal hier ein bisschen aufdecken, die Herrschaften, ne? Damit wir wissen, wo sie alle sind. Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Da ist einer. Okay, der ist da und. Oh, 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 oh. Fuck, 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 fuck. Okay, nice. Oh, 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 oh. Wir sind hier in so eine Schneise drin, ne? Guck mal. Feindlicher Panzer. Tot? Okay, nice. Ich ziehe mich mal kurz zurück, damit ich mich regeneriere. So. 8-1, ey, nice. Was ist denn los mit mir in letzter Zeit im Battlefield? Oh. Wir sind schon down. Wir gehen immer hier hin, ne? Ah, fuck, da kam einer. 9-1, da war das schon mal ein guter 7-Kills, ne, 8, 5-Kills, ne, 6-Kills in dieser Runde gemacht, ne? Ja, warte mal. 5-Kills, so. Aber wir sollen natürlich jetzt nicht nur auf Kills achten, sondern auch hier mal ein bisschen was wegräumen, ne? Wir müssen auch ein bisschen hier den Räumungsdienst spielen. Da, wir sitzen mal mit dem Panzer hier drin, was kann der? Leute. Äh. Hä? Was war das jetzt? Wer ist denn der Fahrer von dem Ding? Ah. Da. Du hast doch einen Lack, Alter, komm mal her. Fuck you. Komm in das Kampfgebiet zurück. Wir sind hier gebracht, Junge! Die Reiter, die haben jetzt so einen Speer auch, ne? Das ist voll geil. Geil. Nein! Ah, das ist gedacht. Nice, Mann. Schön. Ah, das lobe ich mir. Da kommt er einfach und überrennt mich. So muss das sein und nie anders, Leute. Schöne Aktion. Ah. Dafür liebe ich Battlefield manchmal. So. Okay. Wir sind wieder unterwegs. Wir müssen hier weiter leveln. Damit wir nämlich unsere schöne Waffe kriegen. So weit weg. Ah, ist ja immer noch safe. So viele Tickets haben die gar nicht mehr. Kass. Alter, Sniper. Ja. Die sind halt die ganze Zeit am snipen und so, aber die sollten eigentlich mal plenten gehen, wie die vorschlagen. Sonst, äh, oh, jetzt verlieren wir gerade ein bisschen was hier. Aber wir können doch ruhig mit dem Sniper weiterspielen, weil ich meine, warum denn nicht? Wir müssen die ja zurückhalten. Ne? Wir gehen mal wieder zu dieser Schneise. Oh. 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 Das ist nicht gut. Oho, der war nice 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 Oh, da geht einer blanken, Tanas Oh, jetzt kommt er Muss immer mal die eben aufdecken, die ja schafften Alter, ich habe das auf seinen Kopf gezielt Oh, Lacka, Alter Das gibt's doch nicht Der Stiper-Duell Lad nach, lad nach Komm Oh, fuck, ich musste nachladen Aber ich hätte ihn sowieso nicht gekriegt Da war ich nicht gut genug für 13,5, ey Jetzt müssen wir ein bisschen hier mit verteidigen Ich spiele gerade mal alle Klassen durch Wo bin ich jetzt drin So, in seinem Tank hier, ne Ja, sicher Aber ich geh mal raus Wenn das Munition Alle die Penner zurück, ey Los, Leute Go, go, wir machen das gut Sieben Tickets noch Komm, die Runde geht nach oben Alter, was für Domination hier Oh, den haben wir auch noch getroffen Scheiß drauf, Mann Ey, die haben es nicht gepackt, Leute Ja, Mann, der sieht bei uns Vier Tickets noch Die sind einfach nicht durchgekommen Aber das Problem ist, die haben auch zu viel gesniped Und ein Ticket noch Ja, nice Nice Geil Ja, dann werden wir ja noch eine Runde dranhängen Ist natürlich langweilig, wenn die nur so kurz ist Hat aber Spaß gemacht Aber auch die erste Der Start war sehr, sehr gut Mit den ganzen Snipen Und wir haben auch den nächsten Sieg geholt, Leute It läuft, it läuft Ja, wir haben auch noch den Boost aktiviert Alles cool Das Team ist noch nicht ganz ausbalanciert Aber wird in wenigen Sekunden soweit sein Ja Schön, schön, schön Was Gameplay-technisch läuft, ist auf jeden Fall Oh, da geht es los Ich will einen Tank haben Komm, Baby, give me a Tank Give me a Tank, Baby, komm Ich weiß, du wirst mir auch ein Tank geben Und wir haben einen Okay, es gibt einmal den Angriffstruck und den Wagen Äh, der Angriffstruck Okay, was, können wir hier mal einen Standard? Ah, hier gibt es die Waffen, ne? Haben wir die hier? Dann machen wir mal los Den anderen sind wir schon vorhin gefahren Ah, hier kann ich nicht schießen, oder was? Ne, hier können nur die Kollegen schießen, die an Bord sind Wenn wir mal blenden, wahr? Ah, es ist die gleiche Map Okay, es ist die gleiche Map, nur Oh, hier sind wir überfahren Es ist die gleiche Map, nur Äh, diesmal sind wir Angreifer Siehst du, passt das ja Das hat gut geklappt Wenn die Panzerabwehrmühle kommt Okay Leute, jetzt zeige ich euch mal das coole, diesen Stab Da ist er Das ist richtig brauner Was haben wir denn noch? Achso, hier gibt es ja inzwischen verschiedene Pferde Loll, wusste ich nicht Guck mal, jetzt haben wir hier so eine Lanze Markus Pflanz haben wir jetzt dabei Und damit können wir Leute wegspießen Das ist richtig geil Zeige euch das mal Guck mal, zum Beispiel Es steht da einer Ne? Dann rennen wir auf den Zoo hier Und hauen den weg Siehste? Dann rennen wir weiter Und der versucht uns jetzt hier runterzuhauen Oh, der hatte Glück gehabt Gut ausgewicht in letzter Sekunde Oh, 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 oh Ja, aber Zu Demonstrationszwecken Ihr habt gesehen Es funktioniert Es geht Es ist möglich Alles ist möglich Man muss es nur wollen Ich bin alleine in meinem Trupp Geil Gibt es hier Hat jemand einen Platz für mich im Trupp? Hier kann ich Albert kann ich reingehen Nice Zurück So, dann sind wir niemals alleine mit dem Spawn Und wir haben Trupp XP Boost Okay, nice Wir können hier hingehen Perfekt Alright, let's go, Leute Da liegt er in der Munition, Alter Oh, shit, Mann Sind da alle da vorne? Ist natürlich eine sehr offene Map Muss man ganz ehrlich sagen Also hier gibt es ein paar Gräben Die man so hat Aber wenn du dich fortbewegen willst Sieht dich jeder Jeder Hallo, Tri Und wir haben den Sauerkraut weggeholt Ja, siehste mal Mit dem Angreifer Ich wollte Äh, mit dem Versorger Ich wollte aber eigentlich Die Klasse Medic nehmen Weil ich ja weiter an meiner Karriere Hier für meine Waffe arbeiten möchte Und wir haben A platziert Exzellente Arbeit Vom Team hier Vom, äh, Squad C-Daw Trefft ihn hier auf Distanz mit der Waffe? Warte hier Einer versucht uns zum Laufen Mal aufpassen Oh, 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 oh Da sind ein paar tot Ich immer hin Oh, wir lassen niemanden am Boden Ah, oh, schade Ja, jetzt müssen wir zu B Alter, 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 alter Hier brauchen wir einen anderen Weg Das hat keinen Sinn hier Ey, wie viele sind jetzt hier draufgegangen? Habtischke! Ach, scheiße, wie sollen wir denn jetzt die Seite wechseln? Nice Nachladen Oh mein Gott, wir kriegen hier höhere Ich besuche hier Da liegt wieder einer Ich eile zur Hilfe Beschwind What? Aua Sind zu viele, ich hab keine Ahnung Oh, Munition Oh, der Tank kommt, nice Oh, hier ist keine Munition Scheiße, hier lag doch gerade noch welche Heidewitzka, da ist auch noch einer Boah, ist das offen hier Oh Gott Nein Ey, wieso? Goll Okay, ich hab ihn nicht getroffen Oh, Mann, Mann, Mann Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky Weil das Problem ist Wir kommen da jetzt gerade nicht durch Hier, hier, dieser, äh, sorry Dieser Abschnitt hier ist so offen Wir müssen das hier probieren, ey Hilft nix Wir müssen da hin und abspringen Weil wir müssen planten Sonst verlieren wir nämlich die Tickets 36 haben wir noch Jetzt stellen wir die Fliegen gerade hier Okay, der Kollege da vorne macht die gleiche Taktik Wie ich vorhatte Ja, ist klar Lauf Tada Oh, wie viel hab ich jetzt geholt Keine Ahnung, ich hab glaube ich drei Leute weggeholt oder so Nice Ey, Mörser wär jetzt geil Warte mal Das könnte auch klappen Dann könnte ich den Jungs im Weg Oh, ne Armbrust haben wir ja hier Okay, wir könnten gucken Warte mal, die Schaufel Wobei, wir probieren es mal Nice, nice Oh, guter Spot hier Dann nehmen wir den hier Und dann machen wir mal Wir müssen nur den Graben irgendwie leer kriegen Weil die hängen da alle in den Graben Boah Dieser Graben wird gerade so krass bekämpft Du kommst da einfach nicht rein Die Musik geht schon los 23 Tickets noch Ich glaube wir brauchen Mörser Es hilft nix Der könnte hier die Hoffnung Äh Sein Widget Mörser HE, ne So, zurück Äh, dann gehen wir mal ein bisschen Abseits Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht hier Geiler Spot Gehen wir mal ein bisschen hier hinter zu bewegen Okay, das könnte klappen Und nochmal Die überleben sowas natürlich Das ist klar Unrealistisch Alter Boah Fuck Oh mein Gott Neun Tickets Kriegen wir das Ding noch gewuppt Irgendwie kann da irgendeiner planten gehen oder so Ich glaube das war es Leute Wir kriegen es nicht jetzt so weit weg Dass wir die Tanks verloren haben Ist halt das größte Problem Aber auf der Map hat man halt nicht so einen Heavy Tank oder so Leute Nicht in den Kampfer wickeln Lasst doch einen rein da Scheiße Keine Chance Leute Wir kommen da nicht durch Oh Sieben Tickets noch Sieben Die Pierschen sich hier hinten an Komm, 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 komm Es ist noch eine Möglichkeit Nein, nein, nein Die Jungs Die können das schaffen Komm Spawn Oh mein Gott Ja, 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 ja Jetzt Okay, jetzt Keinen Scheiß machen, Jungs Keinen Scheiß machen Wow Wir checken nichts mehr Blatt nach, komm Ja Wir kriegen es hin Leute Loll Alter, mit drei Tickets haben wir es geschafft Wie krass Oh, die haben im Tank Alter Schwede Ah, haben wir aber beschädigt, die Karre Wie krass war das denn? Ich dachte, das Ding ist jetzt schon gelaufen Aber da holen sie das Ding noch zurück hier Mit drei fucking Tickets holen sie den Sieg hier noch Ich werd bekloppt Alter Schwede Da muss man erstmal richtig durchatmen Boah, krass Die platzieren jetzt natürlich den Tank-Deck da drüben Boah, ist das offen hier? Alter Windmühlen Sind wir in Holland oder was? Ah gut, das Fahrzeug da Der macht uns jetzt Probleme Scheiße Oh oh Nice Nein Oh Ey, mein Aiming, was war denn da los? Aber den haben wir noch geholt, indirekt So, ich glaub, da wird geplantet Ne, doch nicht Nice Äh, okay Et wird wieder Zeit für die Killerlands, Leute Damit haben wir's ja auch schon geschafft Ein paar Leute weg zur Armäne Aber was ist das denn hier für ein Für ein Ich werd mal ganz kurz noch was machen, was mir grad einfällt Das wollte ich die ganze Zeit schon machen Äh So So Eigentlich sollte das ja Ja, nice Das sieht ja viel geiler aus jetzt Die Grafikkarten sollten das ja hinkriegen hier Hey Hey Hallo Was? Ey, ich bin doch über den Ach, das war eine Spezialklasse, kann das? Ah Bin doch über den drüber stolziert Ey, das hätte doch klappen müssen Okay, wir sollten jetzt aber nicht so viel verschwenderisch hier wieder spielen Sonst, äh, müssen wir das Ding leider ganz komplett aushand geben Dieser Oh Oh Ja Ich hab ihn auch grad gesehen Ey, warte mal Ich mach mal ganz kurz noch was Das muss ich nochmal richtig hier anpassen Äh, ups Das wollte ich gar nicht Äh Ich lass das grad mal so wie es war ganz kurz Weil ich mir das später angucke So Ich wollte nämlich meine Grafiksetup noch ein bisschen besser machen Vielleicht auch mit Downsamblings spielen und so Aber das mach ich jetzt nicht während der Aufnahme Und äh Ne? Können wir beitreten? Ja, können wir Männers, ihr brauchen Mediziner, hab ich gehört, ne? Beste Manik der Welt ist wieder da Okay, wir müssen blenden Ich geh da jetzt voll rein, komm Aua Das wird nicht klappen Ja, ich wär weinah im Graben gewesen Bumsen So Aber dieser Wagen Der muss weg, wir müssen den wegbomben Der bringt nix Solange der da steht, kommen wir einfach nicht dahin Ich komm mal hin, hinhocken Hallo Ich kann, warum kann ich den Mörser nicht hinstellen? Okay, das geht nicht Damit bloß den Mörser kann man nur auf ein Feld hinstellen Dann bin ich das Wow Wow Man konnte ihn jetzt nicht in den Graben stellen Ich hab die ganze Zeit Taste 3 gedrückt Es geht nicht Solange dieses Auto da steht, können wir da nicht durch Er ist scheiße Probier's mal hier zu spawnen Wie sollen wir denn alle drankommen? Der steht da sehr gut positioniert Da sind alle draufgegangen, oder was? Ne, da einer lebt noch Wo ist der? Okay, nice Nehmen wir mal Spawnpoint Ich kann keinen Mörser platzieren Warum? Ja, ich bin ja auf dem Weg Alter Ich kann den Mörser nicht platzieren Kann mir einer erklären, warum? Du wirst ja nur verstehen Na, jetzt geht's Wo ist er? Haben wir ihn geschrottet, oder was? Ah, ich wollte gerade schießen Der ist Mann Wer lebt, ist der noch da, der Mörser? Okay, nice Hier platziert Das ist ja schon mal eine schöne Sache, Leute Hier Der ist immer noch da, dieser Scheißwagen Wo läuft der da hinten so rot? Boah Komm runter Hansi Nice Ich kann den Mörser nicht platzieren Jetzt geht's Nice Er überlebt das auch so, weißt du? Ja, sicher Alter Was? Tranquilo, tranquilo Komm Müssen wir weiter umgehen, Mann Ich lebe noch Nicht mehr Haben wir irgendeinen getroffen? Wie viele Tickets haben wir denn noch? Das ist gerade nicht so meine Runde Aber davor hatten wir die beste Runde Aber egal Ey, es geht jetzt gerade um die Teamleistung hier Das ist immer ein Argument, wenn man nichts reißt So Alter Wer schreit denn da so? Boah Die sind in der Mühle drin, okay Oh shit Wie viele kommen denn da jetzt? Ich brauche unsere Täter, weil wir müssen die immer wieder hochholen Keine Idee Das ist eine Brandgranate, ne? Okay Männer, sehr gut Komm, komm, komm Nice Einer von unseren Männern ist down Komm Okay, ist es hochgegangen Nice Auch hier wieder Nice Alter, Leute Spannend heute Spannend So, die letzte Wende schlägt zu Okay, 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 okay Äh, ja Wow Die hängen da wieder in dieser scheiß Mühle drin, ne? Gibt's da nicht Nice Ist er um jemand? Äh Oh, was ein schöner Ausblick, Leute Guckt euch das mal an Oh, toll Voller Kriegen und so Man genießt erst mal den Ausblick Aber die Map finde ich eigentlich echt krass Weil die ist ja wirklich komplett offen, ne? Oh Die werden mich nicht zukommen Baba, die hackt jetzt Oh Bill Big John, Allah Der packt da die dicke Wumme aus So Oh, Mann, 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 Mann Okay, da wurde platziert Shit Sprengsatz an Einsatzziel, Bertha, platziert Gitter Hü ist wieder ready Oh, da ist so eine Special-Klasse Können wir eigentlich auch mal nehmen Wenn sie nicht weg ist Wo ist sie? In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kind verfügbar Jetzt geht's rund, Leute Die wollen mit dem Papa spielen Dann kommt da auch mit einem dicken Rohr hier Ich gehe aber ganz außen rum Dann hole ich mir die alle von hinten weg Hehehe An dem Tempo bin ich übermorgen da Ja Hier geht's schon los Können die runter in den Graben Ja Da hat keiner checkt Da geh' ich noch nie Infertilage 危 comunque Dann Nah Lauf Wente, komm. Da laufe ich den ganzen Weg umsonst. Das war ja easy. Unter, unter. Wieder gewonnen. Oh, Medic ey. Haben wir keinen Medic hier, oder was? Oh. Oh, jetzt heilt ich mich. Warte mal, ich warte mal eben. Oh, da heilt mich jemand. Das ist halt ein süßer Boy. Dankeschön. Let's go. Okay, wir machen die gleiche Taktik wieder voll außenrum hier hin. Okay. Das kostet ein bisschen Zeit, ich weiß, aber es dürfte fruchten. Schön auszugehen. Keiner bemerkt mich. Aber wenn ich diese Maps so sehe, ich hab so Bock auf Winter, Leute, ne? Ich bin auch einfach hier lang. Ganz gemütlich. Hallo, ist da jemand? Die Post ist da. Oh, guck mal. Ja, das war ne geile Idee. Hat gut geklappt, Alter. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Nice. Oh. Medik. Oh, ist der kein Medik. Ja, scheiße. Weg war das Haus. Aber, ey, wir hatten guten Kiel. Wir haben unsere Kiel, äh, unsere KD. Und das Ding ist hochgegangen. Ja, nice. Okay, ist nur noch A. Nur noch A. Und auch das Ding ist geplättet. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Hammer. Hammer. Ich komme, Junge. Stirb. Yeah, Mann. Ja, sicher. Da haben wir den Sieg da, Leute. Geil. Alter. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder bei der weiteren Folge Let's Play Battlefield 1. Die nächste Folge gibt es dann immer morgen. Ihr habt den Channel. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Dörmchen da. Und habt einen schönen Tag. Und wir sehen uns jetzt wieder. Vielen Dank.